Herzlich willkommen, liebe Steuerbürgerin, lieber Steuerbürger. Mein Name ist Tobias Häusler und ich werde Sie durch alle Videos begleiten, mit denen Sie die Bayerische Finanzverwaltung bei der Erstellung Ihrer Grundsteuererklärung unterstützen möchte. Wenn Sie am 1. Januar 2022 Eigentümerin bzw. Eigentümer von Grundstücken waren oder von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, dann müssen Sie jeweils eine Grundsteuererklärung abgeben. Sie finden auf dieser Website umfangreiche Informationsmaterialien, Beispiele, die eben das Erstellen der Grundsteuererklärung so leicht wie möglich machen sollen. Diese Beispielvideos gibt es in jeweils unterschiedlicher Ausfertigung. Es kommt eben darauf an, ob Sie Ihre Erklärung per ELSTER, also elektronisch abgeben möchten, oder in Papierform. Die Beispiele, die Sachverhalte, die wir hier verwenden, sind dabei komplett identisch. Wir haben weitere Informationen dazu am Ende dieses Grundlagenvideos. Außerdem verschickt die Bayerische Finanzverwaltung bis Ende Juni 2022 Informationsschreiben mit wichtigen Daten für die Grundsteuererklärung an den Großteil der Eigentümerinnen und Eigentümer. Dieses Schreiben richtet sich immer an natürliche Personen, die eine Adresse hier in Deutschland haben. Sind es mehrere Personen, also mehrere Personen Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Grundstücks oder eines Betriebs, dann erhält dieses Schreiben genau ein Miteigentümer bzw. eine Miteigentümerin. Sie finden auf diesem Schreiben das zugehörige Aktenzeichen und die Lage Ihres Betriebs bzw. Ihres Grundstücks. Sollten Sie kein Informationsschreiben erhalten haben, dann finden Sie diese Informationen, also Aktenzeichen und Lage, auch auf Ihrem letzten Einheitswertbescheid. Damit die Finanzämter die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen können, müssen Sie darüber hinaus alle maßgeblichen Daten, wie z.B. die Fläche der Flurstücke oder die Wohn- und Nutzflächen der Gebäude, für Ihr Objekt in einer Grundsteuererklärung mitteilen. Dabei stellt sich die Frage, welche Erklärung bzw. welche Erklärungen mit jeweils welchen Anlagen müssen Sie abgeben. Unter Umständen müssen Sie tatsächlich sogar mehrere Grundsteuererklärungen abgeben. Das hängt davon ab, welche Objekte, die sogenannten wirtschaftlichen Einheiten, Ihnen gehören und wie diese konkret genutzt werden. Sehen wir uns also die Sache etwas genauer an. Es gibt die wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens. Dies ist das Grundstück. In dieser Grafik sehen Sie eine bunte Auswahl von typischen Beispielen. Und es gibt die wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. Dies ist der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft. Auch hierzu eine kleine Grafik zur Veranschaulichung. Für jede wirtschaftliche Einheit muss eine eigene Grundsteuererklärung abgegeben werden. Versuchen wir also zunächst den Begriff wirtschaftliche Einheit und davon zuerst den Begriff des Grundstücks ein wenig zu veranschaulichen. Ein Grundstück besteht aus dem Grund und Boden sowie gegebenenfalls darauf befindlichen Gebäuden. Grundstücke können also unbebaute oder bebaute Grundstücke sein. Typische Beispiele für bebaute Grundstücke sind Einfamilienhäuser, Wohnungs- und Teileigentum, also Eigentumswohnungen oder selbstständig veräußerbare gewerbliche Einheiten, gewerbliche oder öffentlich genutzte Grundstücke, Gebäude auf fremdem Grund und Boden, Erbbaurechte, aber auch der Wohnteil eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft. Für all diese Grundstücke müssen von den Eigentümern Grundsteuererklärungen abgegeben werden. Befindet sich das Grundstück im Eigentum mehrerer Personen, dann müssen diese gemeinsam nur eine einzige Grundsteuererklärung für jede wirtschaftliche Einheit abgeben. Folgende Sonderfälle möchten wir genauer beleuchten. Bei Wohnungs- und Teileigentum bildet grundsätzlich jede Einheit, also zum Beispiel die Eigentumswohnung oder die Gewerbeeinheit, eine eigene wirtschaftliche Einheit, für die eine Erklärung abzugeben ist. Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden ist zu beachten, dass der Eigentümer des Gebäudes die Erklärung nur für das Gebäude und der Eigentümer des Grund und Bodens die Erklärung nur für den Grund und Boden abzugeben hat. Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, muss der Erbbauberechtigte die Grundsteuererklärung für die wirtschaftliche Einheit Erbbaurecht abgeben. Auch für jede wirtschaftliche Einheit des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens, also für jeden Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, muss jeweils eine eigene Grundsteuererklärung abgegeben werden. Befindet sich der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft im Eigentum mehrerer Personen, dann müssen Sie gemeinsam nur eine einzige Grundsteuererklärung für die wirtschaftliche Einheit abgeben. Umfasst Ihr Betrieb eine Hofstelle, Acker- und Forstflächen und gegebenenfalls auch einen Tierbestand, müssen Sie zu all diesen Punkten Angaben in der Grundsteuererklärung machen. Gehören Ihnen nur einzelne Flächen wie ein Acker, eine Wiese oder ein Wald, haben Sie ebenfalls einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft und müssen dafür eine Erklärung abgeben. Ob die Flächen verpachtet sind, aktiv bewirtschaftet werden oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Beachten Sie aber bitte unbedingt, dass ein Wohngebäude mit dem zugehörigen Grund und Boden nicht in der Grundsteuererklärung für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft anzugeben ist, sondern immer mit einer eigenen Grundsteuererklärung als wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens erklärt werden muss. Vermutlich stellen Sie sich jetzt einige Fragen. In welchen Unterlagen finde ich die benötigten Daten, die ich in die Formulare eintragen muss? Welche Formulare muss ich denn nun genau ausfüllen? Und wo kann ich mich informieren, wenn ich mal nicht weiter weiß? Beginnen wir mit der Antwort auf die erste Frage. Welche Dokumente erleichtern Ihnen das Ausfüllen der Formulare? Das Aktenzeichen und die Lage des Grundstücks bzw. des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft finden Sie im Informationsschreiben, sofern Sie eines erhalten haben, oder im letzten Einheitswertbescheid. Ihr zuständiges Wohnsitz- oder Betriebsstättenfinanzamt, Ihre Steuernummer und Ihre Identifikationsnummer finden Sie in Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid. Die Flurstücksdaten, wie zum Beispiel Gemarkung, Flurstücksnummer und Fläche, finden Sie in Katasterauszügen, Grundbuchauszügen oder in Notarverträgen, zum Beispiel aus dem Kauf des Objekts oder aus Übergabeverträgen. Die Wohnfläche und die Nutzfläche können Sie selbst ermitteln, entweder durch persönliches Ausmessen oder durch Bauunterlagen. Und damit komme ich zur Antwort auf die zweite Frage. Welche Formulare müssen Sie für Ihre wirtschaftliche Einheit ausfüllen? Pro Grundstück müssen Sie folgende Formulare ausfüllen. Immer die Grundsteuererklärung, Hauptvordruck Bayerische Grundsteuer 1. Immer die Anlage Grundstück, Bayerische Grundsteuer 2. Nur dann, wenn das Grundstück mehr als zwei Personen gehört, die Anlage MiteigentümerInnen, Bayerische Grundsteuer 1a. Und wenn bei Ihnen ein entsprechender Sachverhalt vorliegt, die Anlage Grundsteuerbefreiung, Ermäßigung, Bayerische Grundsteuer 4. Pro Betrieb der Land- und Forstwirtschaft müssen Sie folgende Formulare abgeben. Immer die Grundsteuererklärung, Hauptvordruck Bayerische Grundsteuer 1. Immer die Anlage Land- und Forstwirtschaft, Bayerische Grundsteuer 3. Wenn Sie auch Tierhaltung betreiben, die Anlage Tierbestand, Bayerische Grundsteuer 3a. Wenn der LUF-Betrieb mehr als zwei Personen gehört, die Anlage MiteigentümerInnen, Bayerische Grundsteuer 1a. Wenn bei Ihnen ein entsprechender Sachverhalt vorliegt, die Anlage Grundsteuerbefreiung, Ermäßigung, Bayerische Grundsteuer 4. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zur Erläuterung. Es gibt drei Varianten von Formularen. Die aktuell hier eingeblendeten Formulare sind die sogenannten grünen Papiervordrucke, die zum handschriftlichen Ausfüllen vorgesehen sind. Diese Vordrucke stehen in den Finanzämtern sowie den Verwaltungen der Städte und Gemeinden zur Verfügung. Alternativ gibt es graue PDF-Vordrucke, die zum Ausfüllen am PC von unserer Bayerischen Grundsteuer-Webseite www.grundsteuer.bayern.de heruntergeladen, am PC ausgefüllt und danach ausgedruckt werden können. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Erklärung bequem und einfach elektronisch über ELSTER abzugeben. Für alle drei Varianten von Formularen stehen auf der Bayerischen Grundsteuer-Webseite jeweils vier maßgeschneiderte Beispielvideos zur Verfügung. In die Übersicht für diese Videos gelangen Sie durch den Klick auf die jeweilige Schaltfläche. Wir führen dies hier kurz vor für die ELSTER-Formulare, für die grauen PDF-Vordrucke zum Ausfüllen am PC und anschließenden Ausdruck, für die handschriftlich auszufüllenden grünen Papiervordrucke. Um Ihnen das korrekte und effektive Ausfüllen der Erklärungen veranschaulichen zu können, haben wir für Sie auf unserer Bayerischen Grundsteuer-Webseite einige Beispiele aufbereitet. Wir gehen hier der Einfachheit halber gleich auf die erste Schaltfläche und landen damit in dem Bereich der Webseite, der die Ausfüllhilfen für die elektronische Abgabe über ELSTER, Ihr Online-Finanzamt, enthält. Hier finden Sie zunächst einleitend eine Aufzählung der Vorteile, die ELSTER im Vergleich zur Papierabgabe bietet. Darunter finden Sie die Aufrufschaltflächen für die vier Beispielvideos. Damit Sie aber jetzt nicht alle vier aufgeführten Beispielvideos von Anfang bis Ende anschauen müssen, um die für Sie am besten vergleichbare Konstellation zu finden, hier ein kleiner Wegweiser. Die beiden oberen Schaltflächen führen zu Videoanleitungen für Grundvermögen. Die beiden unteren Schaltflächen führen zu Videoanleitungen für Land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Das linke obere Video zeigt, wie die Grundsteuererklärung für ein ganz normales Einfamilienhaus im Eigentum von Ehegatten ausgefüllt wird. Dabei wird auch gezeigt, wie die Nutzfläche für Garage und Gartenhaus unter Abzug der zutreffenden Freibeträge ermittelt wird. Die hier zu sehenden Unterlagen werden uns im Einfamilienhaus-Video begleiten. Das rechte obere Video zeigt, wie die Grundsteuererklärung für eine Eigentumswohnung ausgefüllt wird. Diese Eigentumswohnung mit separatem Tiefgaragenstellplatz befindet sich im Eigentum von einem Alleineigentümer. Der Stellplatz befindet sich auf einem anderen Flurstück. Auch hier vorab der Blick auf einige Unterlagen, die uns im Eigentumswohnungsvideo beim Ausfüllen begleiten werden. Das linke untere Video zeigt, wie die Grundsteuererklärung für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft ausgefüllt wird. Der Betrieb gehört einem Alleineigentümer und umfasst drei Flurstücke. Dabei werden auch die Viehhaltung und das Herausrechnen der Fläche für das Wohnhaus thematisiert. Auch für diese Konstellation sehen Sie hier einige Unterlagen, die uns im Video beim Ausfüllen mehrfach begegnen werden. Das rechte untere Video zeigt am Beispiel eines verpachteten Ackers, wie die Grundsteuererklärung auszufüllen ist, wenn sich das Objekt im Eigentum einer Erbengemeinschaft befindet. Und auch hier wieder vorab der Blick auf einige Unterlagen. Wir denken, dass Sie sich mit Ihrer ganz persönlichen Situation in einer dieser Konstellationen wiederfinden können. Suchen Sie sich jetzt bitte das für Sie am besten passende Beispielvideo aus und dann kann es mit dem Ausfüllen der Grundsteuererklärung auch schon losgehen. Auf geht's!